Musik Yo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Let's Play The Lazarus Ja, wir sind hier stehen geblieben Der letzten Folge, Freunde Gut, jetzt sind wir in Sicherheit, perfekt Ja, wir sind beim TV-Sender Turon kommt, wo wir hinwollten Das ist perfekt Aber wir sind noch mehr Liken Was hier noch keine Gegner Die waren in der letzten Folge Das guckt mir ein bisschen Spanisch vor Okay Was war jetzt das? War das Dina oder war das... Ne, das war Dina Ne, das war Dina Nice Munition Kleiner Schrottflindermann Ja, geil, noch eine Karte Da haben wir alles abgesucht Nein Ne, lebt es immer so Horror Okay, da kommen wir gar nicht rein Hä lol Ja, aber nicht durch diesen Spalt Nein, geht nicht, okay Ich wollte gerade sagen, Alter Hä? Wo? Ah Treppenhaus 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 Man könnte mal rein Seid einmal falsch mit Taschen Der Herd Hei, alllllllllllllllllllllllllllll Was ist das? Hörst du was? Ich habe das gerade gar nichts gehört. Nein, ich auch. Nur die Musik oder die ganze... Ja, perfekt. Leben an mir voll. Dann kann uns passieren, was will. Ja, geil. Ich liebe es. Noch Munition. Ja, Leben ist voll. Broke mich. Alter. Also, kommt an mir alles abbesucht. Da waren wir auch. Jetzt dahinten. Du bist sehr leise. Die lebt noch. Hell. Das ist sie. Oh. Das war Lia. Die wir uns gesucht haben, eigentlich. Sicher? Ja. Geil. Das Universum war wirklich gegen sie, hm? Werde? Sie hat nichts dabei. Ein Hund. Was ein Hund? Ja. Ja, das habt ihr aber für fünf gemacht. Das ist das Funkgerät. Oh. Buche. Dina. Hm? Das sind sie alle. Oh. Oh. Nein, warte. Das ist bei Jackson. Schau mal, wie beschissen sie lächeln. Hey, wie die Kuh. Das ist sie. Die hat ihn umgebracht. Drei erledigt, ja? Drei erledigt. Scheiße. 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 Ja, wir sollten hier weg. Sonst denken sie noch sie haben alle umgeraucht. Oh oh, sie sind auch schon weg hierhin, ne? Sie nicht. Aber Abby hat den Tod verdient. Es ist mir egal, ob sie die Keule gehalten hat. Und... Shit. Fuck. Fuck. Du bist ja. Aber skars hat das... Skars? We're not. We're not. Was hast du vor? Äh, old Töten. Dadadadadaadaada. We're not. We're not. We're not. Was have you before? We're not. We're not. We're not. Was do we not? We're not. Die Scheisserei anfangen. Das ist mir echt zu blöd. Huch! Huch! Zwei Stück. Ach so Bubonkopf. Moment. Moment, ich... Ich hab mir schon geimpfen. Ihr seid unnachfällig. Huch! Huch! So! Das ist keiner mehr. Wo ist der andere jetzt? Der ist doch noch hier. Da vorne. Ja legt mich am Arsch. Legt mich am Arsch. Na? Oh mein Gott, ich kann mich mehr. Was ist der andere? Was ist der andere? Was ist der andere? Ja, dann bewegt es sich noch so. Alter, leg mich am Arsch. Ich habe erst eine Erledigkeit. Keine. Von wie viel? Äh, kann ich auch. Der ist da unten gehen. Du dann doch auch noch. Also sind die alle. Wo? Jungen, wer hat mich gesehen? Dort, dort. Unten ist... Unter dir ist einer. Und dort vorne ist einer. Aber jetzt habe ich... Jetzt habe ich Schiss, wenn der wieder hochkommt. Er kommt hoch. Er kommt hoch. Was ist das für ein Lappen, Alter? Warum? Muss der genau jetzt hochkommen, Alter? Schau dir, es sieht aber geil aus. Ist das eine Petra, Schau dir? Ja, wohl. Nicht töten. Was der mich jetzt nicht gesehen hat, Alter. Das ist ein Witz. Ach, ich bin dumm. Lass los, okay. Ja, geil. Der spritzt Blut. Okay, den hätten wir auch. Wo, 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 wo? Wo, 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 wo? What the fuck? Wer hat mich jetzt gesehen? Hä? Ist da da oben? Der ist da oben da oben da oben? Der kommt vielleicht raus. Der kommt vielleicht raus. Wie ist du? Ja, da unten drin deine. Der hat er voll den Klaust. Der hat er voll den Klaust. Der ist voll nicht gesehen, Alter. Oh! Perlutt, das haben wir immer gesagt. Nein, ich habe es nicht verletzt, ich habe es nicht verletzt. Jetzt geht's los! Sie kommen, sie kommen, pass auf! So ein Opa! Das ist Dina! Huch! Das ging aber f- Komm, sie kommen, sie kommen! Na ja, Mann! Ja, huch! Ah, der Dina ist fertig gemacht! Ja, Moin! Kommt noch! Dort hinten ist er! Ja, geil! Geil! Ha! Das kann ich gut gebrauchen! Jetzt geht's wieder runter! Da bist du, das ist... Nee, komm! Da bist du ja! Treffen ist Kunst! Jetzt kommt die Scheibe an der Frau ab dann und sie sagt... Jetzt weiß ich aber nicht mehr wo ich bin! Ey, da ist Zumi! Noch jemand? Noch nicht! Wir brauchen noch! Ich hör noch mehr! Hier lang! Los, komm! Schatz! Hä? Wo? Ja, renn! Renn! WUCH! Weg hier! Ja, ich bin ja schon, komm mit! Der war knapp sein. Jo! Nein, 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 nein! Wohin? 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 Ja, wir müssen abschötteln. Das war's! Oh, Schick! Oh, Schick! Sehr schön. Das reicht für das erste. Weiter! Oh, ktosch. Nein! sporen ist aber nicht geil sporen heiße infizierte so alter das ganz ganz schlecht doch schnell scheisse schade im flitzgerade oh moooonn ich hoffe da gehts durch ich dachte sie hätten uns ich weiß ei das äh ja und aha hier doch komm ehrlich klick klick neckenbruch oh mein gott nein scheisse was die sind auch hier unten mit der U-Bahn yo sehr still scheiss drauf ich brauche lalala da ist noch ein clicker pass auf sie kommen jetzt probiere ich was der clicker ist dort er er hat er das hat er 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 wird er er Aber sei immer auf der Hut. Geh mal das Maschinengewehr. Oh, da ist er. Alter, das geht ab! Okay, das ist... War das eine scheisse Idee oder war das eine geile Idee? Oh, das schreckt mich noch mal so, Dino. Alter, wie geht das? Oh, shit! Digga! Fuck, 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 fuck! Du bist nicht in Sicherheit, aber nicht von mir. Wo ist Dino? Oh, die Klicke brennt auch, okay. Was? Ja, hoch! Ach! Okay. Komm rein, komm rein! Ich geb dir so eins auf die Fresse, Alter! Ich schwör's dir! Es fliegt nur noch Einer! Ich geb dir so auf die Rübe, das gehst du gar nicht! Jo! Das war's wohl, ne? Haha! Ach was, das waren alle! Schnapp dir was du kannst! Und dann lass uns gehen! Ja! Ja, lol, Alter! Schon das Rot, alter Sucker! Ja, ja! Weg, weg, weg! Ich hab keinen Bock mehr! Ich hab keinen Bock mehr! Nein, ich will hier raus! Ich will hier raus! Ich hab keinen Bock mehr! Ja, Mann! Kein Molotov. Ich bin so müde. Lass uns hier verschwinden. Geil Pillen, Mann. Die nehmt gerne mit. Oh, so nee. Wirklich nicht, Freunde. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Ich gehe gleich hier durch. Was? Wo? Aha. Wie kannst du mich jetzt ganz schnell... Hallo, das hat gar nicht gesehen. Hast du gehört, wie sie uns genannt haben? Skars. Ich frage mich, wer all die Wandbilder gemalt hat. So. Wie Moves ausgeweitet hat. Alle in dieser Stadt sind total psychos. Sorglos. Alter. Was geht ab? Ey, das ist zu krank. Ich gehe drüber, ja. Was ist denn hier passiert? Huch. Scheiße. Hast du jemanden? Lothar hat zu sparen. Moment. Ich schaue kurz, ich bin mir nicht sicher. Da hinten noch kurz was. Was immer die wir kämpfen. Wir sollten sie sich gegenseitig töten lassen. Nichts. Oh ja. Ich habe nur gehört, dass es irgendwie in diesem Spiel neue Infizierte gibt. Die wir noch nicht kennen. Und ich hoffe nicht, dass das eine von denen ist. Das ist nicht so. Wir sind ein. Das ist nicht so. Wir sind nicht so. Wir sind so. Wir sind ein. Ich bin. noch ein bisschen lauter machen mit der Tür ein bisschen unfälliger ich verarsche das ich habe es immer noch zu wenig gehabt ey kumpel ich will Waffen verbessern man scheisse man zu wenig wie gehen wir vor da drüben ist noch eine Leiter ok wie kommen wir dahin dafür dass wieder dieses Spiel ja genau ja oder auch nicht ich bin warum ist das nicht so das war irgendwie ein bisschen falsch weiß nicht warum also ja jetzt das ist das ist das ist wieder nicht so viel warum das das heisst irgendwas wenn hier so viele sachen liegen sogar ein Minikit ich habe das gefühl das geht hier gleich ab da geht es weiter aber hier ist noch eine Leiter das ist 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 ich habe dich ich habe dich du ich habe dich Das ist ein Rundter. Oh mein Gott! Oh mein Gott, 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 oh mein Gott! Kein, ich muss nicht mehr. Fug, was war das jetzt? Scheiße, diese Arschlöcher! Hast du was abgekriegt? Nein, alles okay. Schambler? So haben sie sie genannt? Die sehen noch scheiße aus. Ich weiß auch nicht, aber sie sind ekelhaft. Bruder. Okay, ey. Alter, das war jetzt zu krank. Leg mich fett, Alter. Leg mich fett. Oh, nicht scheiße. Alter. Hier waren auch noch Sachen, das weiß ich, da bin ich durchgerannt. Nee, Alter, das kannst du nicht bringen, ey. Alles voll. Alter. Voll, voll, voll. Warum ist alles voll? Scheiße. Nein, nein, ich kann nicht scheiße, aber trotzdem, scheiße. Ich bin hier raus, ich bin hier raus. Mal sehen, wohin uns das führt. Also, noch nicht raus. Das ist jetzt gar kein Zurück mehr. Scheiße. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, nein. Schambler? Was? Als wären die anderen nicht schlimm genug. So ist wohl die Natur. Tja, dann ist die Natur ein Arschloch. Okay, Alter, nein, das kannst du mir nicht bringen, Alter. Hallo? Hallo? Alter, das ist das, ich, eh, die Spiel entwickelt sich zu einem Horrorspielgame, also ich schwööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Wie zum Henkel nochmal komme ich hier rein. Hallo, hallo. Ja, wow. All. Voll, voll. Das ist nichts drin, das ist voll, okay, das ist auch leer. Okay. Hey Deben, hast du schon wieder den Code vergessen? Hol mir eine Rima und der Code gehört dir. Okay, aber Moment, ich konnte die Seite noch wenden. Also sagen wir das, okay. Dann muss aber hier irgendwo noch ein Cresor sein. Moment, Limo. 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, Fragezeichen, Fragezeichen, ja geil. Cool. Ah, das darf man hier reinkommen. Mal sehen. Ähm, warum man 3, 4? 5, 2, langs des 4, 3. ja geil bringt mir ja voll was wenn alles voll ist ich kann mich nicht herstellen oder so also ist eigentlich total man kennt die was haben wir jetzt da abgeöffnet haben wir alles vor das ist noch sachen jahre leid ja komm nie ja nice wir können das nicht mal einsamen weil wir zu voll sind geil eben auch wieder voll genau perfekt hier nach unten okay freundlich krawann die stelle machen wir in der nächsten folge weiter wenn es wir können da nach oben da lassen aber dann sonst bis zum nächsten mal haut rein ciao